Hey, Tiger. Hey. Morgen. Guten Morgen. Hast du Lust auf Frühstück? Ja, gern. Okay, cool. Pancakes? Ja. Bacon? Ja. Knackige Brötchen? Das habe ich gesehen. Oh, du stehst doch... Ja, weil Bacon klingt auch gut. Guten Morgen. Das war ja echt ein heftiger Schlag, Mister. Danke. Ich meine, das war nicht gerade nach den Rettungsschwimmer-Vorschriften, aber... Ich habe dir doch gesagt, ich würde viel besser lernen, wenn ich es nicht allein tun müsste. Jetzt wird man nicht grüßen, wahnsinnig. Warte mal, hast du mir gerade auf den Schwanz gestorben? Jetzt sind wir quitt. Oh, verflixt. Wir kommen zu spät. Wir müssen los. Komm mit. Aufbordseite. Hey, hier drüben! Geh nach vorne! Oh, fuck. Vorne im Boot ist eine Frau eingeschossen. Aber hier ist überall Feuer! Gar kein Fall. Hi. Hier muss Golosso. CJ! Okay, Guapo. Wenn du mich willst, kannst du mich haben. Aber rapido. Das Boot brennt überall. Ein andermal vielleicht. Was ist das? Das ist okay, wenn Sie mich hören. Nein, nicht das okay. Bleiben Sie ganz ruhig. Ich habe im Nachhinein. Hilf mal, weglaufen! Geben Sie meine Hand! Hilf mal! Ich will jetzt nicht! Ja, los! Geben Sie! Tauch, die Arme ist unter das Feuer, Brody! Warte! Wir treten Sie! Hilf mal! Geben Sie! Geben Sie! Geben Sie meine Hand! Ich bin da! Sind Sie verletzt? Nein! Gut! Wir fehlen Sie! Festhalten! CJ! Parkport, Seite! Alles in Ordnung! Will mir helfen! Was soll es helfen? Nein! Das war ja ein toller Plan! Das ganze Wasser ist voller Feuer und du schwimmst einfach rein! Die legt was an mir, oder? Mir legt was an dir! Hey, ich bin Matt Brody! Alles klar, das interessiert mich einen Scheiß! Hey, Ronnie! Oh, hey, Steph! Auch wieder dabei! Genau! Alle guten Dinge sind drei, oder? Ja, ja, genau! Ich bin... Ich bin motivierter als je zuvor! Du willst, dass ich deinen Namen errate? Läufst du hinter mir her? Ist ja witzig! Ich wollte dich gerade dasselbe fragen! Okay, du bist echt sexy! Und wir wissen beide, dass ich dir nicht lange widerstehen könnte, also wieso überspringen wir das nicht gleich? Warum machst du mir nicht ein Baby? Jetzt sofort! Also ganz ehrlich... Ich dachte, wir gehen zuerst was essen. Aber wir können auch das Babydings versuchen. Du versuchst es schon viel zu sehr. Das Versuchen ist das Beste daran. Summer! Hi! Ich hab gehofft, dass wir dich hier sehen. Ich konnte überhaupt nicht schlafen, ich bin so aufgeregt. Wieso sieht's immer so aus, als ob sie in Zeitlupe läuft? Du siehst das auch? Sie wirkt irgendwie nass. Aber nicht zu nass. Genau. Und ihretwegen glaub ich an Gott. Hey, wie geht's deinem Schwanz? Oh, sehr gut, schon wieder viel, viel besser. Er ist... wieder voll einsatzbereit. Okay. 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 Weißt du, mein Schwanz war in einem Liegestuhl eingeklemmt. Was, jetzt im Ernst? Du hast doch nichts davon gehört? Ja, doch hab ich. Alle hier haben davon gehört. Herzlich willkommen allerseits. Normalerweise nimmt das Baywatch-Team mit Stolz jedes Jahr einen neuen Rekruten auf. Aber die gute Nachricht für sie ist, dieses Jahr haben wir drei freie Stellen. Und jetzt ohne viele Worte übergebe ich an den Mann, der schon 500 Menschen gerettet hat, einen Applaus für Lieutenant Mitch Buchanan. Alles klar. Danke. Vielen Dank. Baywatch ist die Elite der Elite. Der Einsatz unseres Teams, mit dem wir die Bay schützen, ist der Grund, warum die alleinerziehende Mutter hinter mir ihre zwei Kinder unbeaufsichtig ganz entspannt direkt in die Wellen laufen lässt. Danke, Mitch. Ganz genau. Und Baywatch funktioniert, weil wir uns an Regeln halten. Wir halten uns an Regeln, denn tun wir es nicht. Sterben Menschen. Wer im Büro arbeitet und zwischendurch am Schreibtisch einschläft. Kein Problem. Wenn man hier nachlässig ist, los, alle gemeinsam. Sterben Menschen. Die Sache ist die, wer auf seinem kleinen Motorrad zur Baywatch kommt und glaubt, er wäre der Coolste und nur schön knackig braun werden will, der sollte sich besser einen anderen Stand suchen. Aber wer hier ist, um sich für etwas einzubringen, was viel größer ist als er selbst, für den ist das der richtige Stand. Aber vorher müsst ihr alle erst den Test bestehen. CJ? Ja, CJ. Ein guter Rettungsschwimmer muss viele Qualitäten haben. Und heute werden wir sie alle abrufen. In einem mörderischen Hindernisparcours, den wir der abwesende Vater nennen. Er ist hart, ja sogar brutal. Er macht sich nach deiner Geburt aus dem Staub und fügt den Narben zu, die dich abhärten. So verkraftest du Geburtstage, Weihnachtsfeste. Sogar die bringen deinen Daddy mit in die Schuletage, bei denen deine Mom sich einen falschen Schnurrbart anklebt, damit du bist wie die anderen. Was soll? Was soll denn das werden, Herr Doktor? Ich... Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich... Ich hab keine Ahnung, warum ich hier bin. Mitch sieht etwas in dir. Und ich seh's auch. Wenn wirklich, das mein ich ernst. Wum, 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 wum. Vorsicht. Was? Äußerst wichtige Lektion. Das ist der Teufelsseel. Einstich. Du hast genügend Adrenalin in den Adern, um einen wütenden Bullen zu erwirken. Das einzige Problem ist, danach laberst du nur noch verrückte Scheiße und dann stirbst du leider. Jetzt heb ihn auf und bring ihn zu Turm 1. Die Dinger liegen hier einfach überall in der Gegend rum. Soll ich dir helfen? Lass uns einfach ganz ehrlich sein, okay? Wir haben ihn verloren. Nein, es ist nicht deine Frau. Nein, mein Junge, Fett! Wieso, du, Fett? Mag es ja nicht, mich zu verlassen! Mag es ja nicht! Oh, Mann! Okay, aber im Ernst, ich muss dir helfen. Mit der Technik bringst du echt noch jemanden um. Also los. Ja, 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 ja. Okay. Fertig? Warte, Summer. Hast du nachher Zeit mit mir zu lernen? Ja? Ähm, hast du mir gerade auf die Brüste geguckt? Ich, das war nicht meine Absicht. Ich wollte nicht so direkt auf sie draufstehen. Du guckst sie gerade schon wieder an. Ja, gut, jetzt schon. Weil du von ihnen geredet hast. Kleiner Test. Oh, durchgefallen. Oh, Mann, wir werden hier viel in Badeklamotten rumlaufen und... Also, wenn das ein Problem für dich ist... Das ist gar kein Problem für mich. Echt nicht. Gut. Cool. Okay, du hast sie gerade wieder angekauft. Nein, hab ich nicht. Ich hab... Ich hab sie nicht. Na, wenn du sie mir so entgegenstreckst. Es ist ein Kompliment, wenn du drüber nachdenkst. Drei! Tschüss! Oh, 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 oh.